Was sagt mir, du packst nicht für unsere Flitterwochen? Ich geh wieder auf den Campus. Du weißt schon, dass Abhauen keine Lösung ist, stimmt's? Besonders jetzt nicht. Jeremy steht schließlich nicht länger unter unserem schlechten Einfluss. Es geht nicht um Jeremy. Es geht um uns. Wir sind nämlich nicht nur schlecht füreinander. Männer, wir machen auch schlechte Dinge füreinander, wenn wir zusammen sind. So kann ich nicht leben. Ich fahr dich nach Wittmar. Wenn du das machst, dann werde ich die ganze Fahrt bloß an deine Hand denken, die neben meiner liegt und ich könnte nicht verhindern, sie zu nehmen, auch wenn ich es eigentlich nicht will. Und ich würde dich nicht davon abhalten, mich zu küssen. So kommen wir doch nie voneinander los. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Ich bitte dich, lass mich gehen. Nein, Damon. Ich... Gute Fahrt. Hey, dear. Ja, hier gehört Trad softly. Also, das... Ja, das ist immer super. Bis zum nächsten Mal.